Ich denke auch schon viele Tickets verkauft. Wie bist du aktuell zufrieden und mit wie viel rechnest du ansonsten? Talentierter Schwergewichtler, also Newcomer. Und dann kam erster Lied an Donatus. Das 200 plus, kann man sehen, Worldwide. Wie gesagt, der 20-Titel-Kampf geht über 10 Runden. Im Gegenteil habe ich so ein schönes Wetter. Man sollte die Wetter machen, aber man sollte sagen, dass er auch diese Erfahrung, die wir jetzt haben. Es geht um einen Sieg und ich habe einen Top-Fahrrad. Und es geht um einen Sieg. Applaus